Hallo und herzlich willkommen zurück bei dieser Katastrophe Photovoltaik. Mei, das ist ja ganz bescheidene Speicherecke. Und den habe ich schon fast vergessen, aber nein, ich habe mich ja fast aufgeregt. Lad halt nach, ich habe keine Munition. Oh, ich hole eine Waffe. Nimm halt die. Ich hänge. Da schwebt das Zeug rum. Autsch. Eintreffer und ich bin tot. Okay, alles klar. Beschissener Speichelpunkt, ich reg mich nicht auf. Oh Mann, ich habe jetzt eine Woche nicht gespielt. Naja, die Szene kann man nicht wegdrücken. Probieren wir es mal, wenn wir diesen Double Head Pasta da kaputt kriegen. Der regt mich auf. Jetzt ist schon. Warte mal, jetzt laufen wir nochmal hier rum. Da waren da irgendwo die Sachen. Ja, laufen wir da rum. Hier liegt nichts mehr. Achso, das war die Geschichte. Hier liegt. Gleich nachladen. Gott sei Dank läuft der, aber kann nachladen. Ich hänge. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich hänge. Autsch. Boah, echt jetzt. Das ist ein Scheiß, ich sag's euch. Haha, ich könnte jetzt schon ausrasten. Haha. Ja, die Ammon ist so gut. Nein. Oh, hello. Sehr gut. Nachladen. Oh, Alter. Knappes Ding. Knappes Ding. Knappes Ding. Knappes Ding. Oh, Knappes Ding. Nachladen. Nachladen. Boah, ist eigentlich die gute Taktik hier im Kreis locken, oder? Nachladen. Nachladen. Oh, ich hab keine Mission mehr. Oh, lauf, 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 lauf. Ich hab keine Munition. Oh, Alter. Och, nö. Komm, das sah doch so gut aus. Oh. Einen Treffer und der hat mich. Das ist doch unfair. Ja gut, ich hab auch schlecht. Lechte Karten für die Gesundheit gerade, gell? Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Der hängt aber auch an der kleinsten Stufe, gell? Also ich sag's euch ganz ehrlich so wie's ist, das regt mich auf. Nein. Oh, oh. Lauf. Lauf. Ich hab zwei geklappt. Oh, ok, ohne. Ich hab die Waffe rausgegangen. Ich hab zwei geklappt. Oh, ja. Oh, nein. Und jetzt ist das halt der Waffe nicht genommen. Oh, nein. 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 Jetzt hat er die Waffe nicht genommen. Oh, nein. Oh, come on. Oh, come on. Ja, unser Leben ist auch ziemlich weit unten. Deswegen kann ich noch mit einem Schlag gleich Baum bügeln. Aber ich glaube, es ist wie mit einer der besten Taktiken, einfach hier so im Kreis rumlaufen. Lauf. Oh, oh. Lauf, 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 lauf. Hey, ich hänge, ich hänge. Das ist ja fix, euer. Sag dir mal, der soll weggehen. Ich habe dir noch gar nichts getan. Au. Jetzt. Oh, der Pass spricht, der Pass spricht, der Versuchts, der Versuchts, der Versuchts. Wo ist er? Nein, nicht schlagen. Bitte voll der Trügelwand. Kernreiter. Lauf. Ich habe die Waffe gewechselt. Keine Munition. Keine Munition. Wo ist er? Oh, oh. Um der Boot, um der Boot, um der Boot, um der Boot. Lauf. Na dann. Boah, ich bin auf Hochspannung. Alter. Oh, ich zitterte sogar. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Hm. Nein. Nein. Ich habe doch getrückt. Oh, leide. Ich sage es. Das ist so anstrengend. Das kann ich euch nicht sagen. Oh, vor allem die Gesundheit raus, ne? Ich probiere es jetzt mal, mich zu heilen. Nein. Ich habe nicht meine Heilung. Nein. Ich habe nicht meine Heilung. Muss ich vielleicht mal in den Kisten gucken. Auch da noch ohne dieses War. Dass man diese Szene nicht wegmachen kann. Jeder andere geht, nur die nicht. Scheiße. Selbst wenn du die Ausweichtaste gedrückt hältst, so wie es da ansteht. Du drückst drauf, weichst aus. Lässt los, drückst nochmal drauf und hältst gedrückt. Normalerweise sollte er ausweichen. Aber es ist immer gefährlich. Das ist echt. Echt anstehend. Weiß nicht, was ich aufgesammelt habe. Oh, Alter. Ja. Du musst echt entspannt und ruhig bleiben. 36.000 Versuche. Und später. Ich weiß gar nicht, ob ich auf Kopftreffer zähle. Äh, Kopftreffer, ne? Ich muss weiterlaufen. Scheiße, daneben. Lauf, 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 nicht hierbleiben. Warte, wechseln. Ich hänge. Lauf. Lauf. Du deb. Du grantiger, du. Oh, Mann. Wir blasen. Woo-hoo! Don't f... ich hab's geschafft wir haben es geschafft leute ich hab's geschafft wir haben es geschafft ja verreckt du blödes viech meine herren um gottes willen also die balance die passt gar nicht jetzt noch mal entspannt suchen ich hoffe dass jetzt keine viecher kommen wenn ich sage euch was haben wir hier fünf schuss haben wir hier noch holen wir jetzt bloß einen speicherpunkt wir haben gesundheit aufsammelt noch vorher allgemein inventar sorry leute die ersten erste viertel stunde nur mit dem schmarrn beschäftigt aber ich glaube das ist ja eine katastrophe jetzt haben wir es aber geschafft jetzt hoffe ich nur auf eine schnelle auf eine schnelle sag's mal schnell auf ein schnellen checkpoint vier schuss hat die nur gut ja es speichert gott sei dank oh leute ich sage euch adrenalin jetzt kann es in der schicht immer weiter gehen was hast du hier da liegt einer ja oder mal das zeughaus und grabe da rum das geht ja gar nicht sehr schön oh was ist jetzt los auch kolonie ich habe es geschafft eine art wartungstunnel ich bin auf der anderen seite geh einfach weiter du bist fast in der kolonie lokalisiere die alte kolonie und ich würde sagen das schauen wir uns in der nächsten folge an vielen dank fürs zuschauen bei diesen anstrengenden kampf jawohl würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder mit dabei seid bei esse kalister protokoll ciao macht es gut